So und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Agres Generations of War und wie wir hier sehen sind wir hier wieder bei Dodon, Dodan oder Dodan oder wie auch immer Dodan. Auf jeden Fall gibt es hier ein Event und das wollen wir ja nicht unbedingt verpassen. Mal sehen was hier abgeht. Hey, ihr seid Reisende, oder? Also, im Osten von Alfheim liegt die heilige Insel von Irin, wo die Armschienen of Covenant aufbewahrt wurden. Diese Insel ist normalerweise bei einer geistigen, äh, durch eine geistliche Barriere geschützt, um sie zu versiegeln. Es war ein, einige Zeit, äh, vor einiger Zeit... Vor einiger Zeit habe ich gehört, dass diese Armschienen gestohlen wurden. Äh, würdet ihr das, äh, würdet ihr das für mich überprüfen? Okay. Hätten wir hier also viel früher schon hingehen können? Äh, Item Shop... Ja, ohne, äh, irgendwas zu haben, ist... Ja, ist nix los. Aber, oh, da geht's ja rüber. Okay, okay, dann gehen wir mal auf die heilige Insel. Ja, ja, weil, weil wir das exploren, gibt's keine Heilung. Kirch. Äh, da komm ich nicht rum. Ich bin mir nicht sicher, was jetzt los ist. Ob das Absicht ist, dass es jetzt kommt, oder ob wir das vielleicht schon früher begegnet hätten. Aber ich bin doch öfters mal hier rumgelaufen. Ach, da hab ich Tab gedrückt und dann kommt ein Kampf. Das war sehr zufällig. Ich hoffe mal, dass die Gegner hier nur zu stark sind. Oh, die sind denn... ...Dinger und die Mücken. Das ist ja... ...gar nichts. Aber wir können hier mal hier so... ...warten, bis die zu uns kommen. So, dann mal gucken. Dann hier kannst du gleich mit. Und du kannst auch noch mitmachen. So, macht ihr beide das. Mit dem Skalret die Boni. Äh, ihr drei macht die. Und das scheint sogar, dass das so... ...sogar... Ach, so schade, wie so verfehlen wir so viel. Kann ich jetzt auch mal Contour? Macht ihr mal ein Contour? Hm, komm. Komm, jetzt aber ein Contour. Manisch, Fick. Au, das tut nicht gut. Das ist... Ich brauchte Heilung. Die haben schon kräftig rein, wie habe ich das Gefühl. Äh, kann ich nichts machen. Äh, hier. Heilung. 1800, ja, okay. Das passt ja so. Äh, gut. Dann... ...Fire und dann ist vorbei. Warum bekommt er eigentlich so wenig SP? Jetzt hat er sauviel bekommen, weil er mit dem Feuer irgendwas erledigt hat. Ich würde mal tippen, er bekommt extra SP, wenn er, wenn er irgendwie, äh, zauberwirkt. Ich kann euch nicht mehr. Okay. Ja. Ja. Kann natürlich auch nix machen. Na ja, egal, dann bleiben sie stehen. Die können sich dann buffen. Ja, ich würde dann... es ist immer dasselbe mit den leuten vitalität und so so und der da die kann da bleiben und der geht einen Schritt vor gut hat das hier sogar geklappt naja nicht so wie ich dachte aber das hat auch nicht geklappt mal sehen power attack und double edge double edge double edge sonic wave ne moment fangen wir doch einfach mit ihr an und das double double power double power das müsste eigentlich lang ihre magie ist ja ziemlich heftig ja hier 431 also und natürlich die elf nidl mist das ist und verfehlen die gerade so viel ok die verfehlen seltsamerweise zu viel für meinen geschmack und das ist sehr seltsam naja dann lassen wir das lieber sonst nicht lustig und fahrt der spiegel ist dagegen nicht mal sehen ob wind irgendwas macht Ah, okay, die haben dann eine hohe physische Verteidigung bzw. das Ausweichen. Na dann. Äh, Rush, Check-Hits. Äh, ich hau einfach alles rein. Moment. So, machen wir das. Als erster Rush. So. Das dürfte ja... Wahrscheinlich haut der den schon alleine platt. Oh, nicht ganz. Aber er haut schon richtig gut zu. Und sie macht noch hier den Break, damit die beim Vanishing ein bisschen mehr machen können. Ja gut, das ist dann ein bisschen overdone mit dem, äh, es ist ein bisschen übertrieben da. Oh, knapp vorm Overkill. Äh, ne. Okay, Pfander tut hier dann schon sein übriges, aber... Äh, so. Ja, das passt so. Er ist eh paralysiert. Da kann man nicht viel machen. Und die wird den... die wird den Typen wahrscheinlich... Ja, ich denke mal, das dürfte reichen. Ich dachte gerade schon, das ist, äh, zu wenig, aber es hat doch noch gelangt. Okay. So. Erledigen wir einfach mit einer Überdosis an irgendwelchen Dingen. Oh je, der haut... der haut sehr rein. Und dann noch ein Overkill, das ist... Eine Bugwistle. Eine... was? Eine Käferpfeife. Okay. Und die gar nicht wenig EPs, wie es aussieht. Sind also doch auf unserem Level. Also habe ich dir das nicht eingebildet, dass das, ähm... Ja, habe ich... Ist das schon okay? Dann ist es erst jetzt aufgetaucht. Oh, da ist eine Ruhe. Äh, was? Headhunting-Skiff. Okay, cool. Äh. Ne, da komme ich nicht ins Menü. Ich komme auf jeden Fall nicht ins Menü. Das ist jetzt unproktisch ein bisschen, aber... Da ist ein Weg rüber. Ich würde halt gern diese Headhunting-Dinger ausrüsten dann. Den kann ich, glaube ich, gar nicht. Oh, da sind die Katzen. Na, und da... Leernhard ist nicht geheilt worden, aber drei Gegner ist... Wobei die Pixel da hinten... Die Pixi oder was das ist, das ist mir nicht geheuer. Was ist das? Eine Pixi, ja, habe ich sogar recht genommen. Eine Wehrkatzel, na dann... Weil, ne, machen wir die Pixi fertig, weil die verbindet irgendwie beide. Na gut. So. Dann mal gucken. Ähm. Blast. Flame Edge. Ah, das lassen wir mal hinten ran. So, da braucht man, dem braucht man seinen Black Mist. Ah, okay, gut. Dann können wir ja nur noch so weitermachen. Äh, das Fire braucht man übrigens. Ich möchte die auf jeden Fall vernichten. Und magisch scheint sie eine gute Abwehr zu haben, wenn sie nur so wenig Schaden frisst. Und wenn die Earth Needle immer wieder misst, ist es... Okay, dafür ist die physische Verteidigung ziemlich, ähm, mickrig. Aber dafür haben wir ja Skalette-Bonee. Die Stärke noch runter. Okay, ähm, ja gut, da haben wir nix mehr. Naja, die kann auch abwarten. Speed up. Oh je, das ist nett gut. Das bedeutet, glaube ich, dass die AP hoch... Ne, Agi geht hoch und damit gehen AP hoch. Äh, bewahrt euch die Punkte mal auf. Das... Ist gar nicht schlecht, wenn ihr euch ein paar Punkte aufbewahrt. So. So. So, dann hab ich alle verbunden. Oh je. Die wollen der Elise was antun. Das kann ich nicht zulassen. Moment. Erstmal gucken. Äh, so. 35S, 24AP. Ja gut, die nehmen wir ins Visiert. Okay. Halt. Mach das. Äh, dann machen wir den Double. Und jetzt müssen wir noch... Das machen. So. Also die müsste jetzt eigentlich fertig sein. Okay, ich glaube ich hab's ein bisschen übertrieben, wenn ich das jetzt so sehe. Ja, ich hab's ein bisschen übertrieben mit den ganzen Sachen. Wobei den Break krieg ich jetzt mal hin. Oh, das war gar nicht mal so effektiv, wie ich gedacht hab. Okay. Wo sind wir jetzt noch ne volle Breitseite mit viel Mist. Und jetzt kommt noch Skeletten die Boni. Ja, ich glaub das Ding, was damit... Ich glaub das war bisher der größte Schaden, den ich jemals in nem Kampf angerichtet hab. Polygamer Branch. Okay. Ähm... Nee, du kannst kein Ding. Kannst du auch nicht. Ähm... Heal mach maar mal. So. So. Ja genau, geh auf die. Das ist mir lieber, weil dann... muss ich denn nur heilen und dann hat sich das ganze nicht hier bisschen blasen okay dann mal gucken ja die kann eigentlich auch da stehen bleiben moment ach so der trifft nur die so ja dann können wir so bleiben okay fangen wir an mit dem heal so dann sind wir nämlich alle vor und dann können wir hier rein haben wir irgendwelche sachen nehmen fangen wir mal mit stil an mit stil ja gut dann kriegen wir zumindest mal so viel hin wobei und dann noch ein bisschen hinterher vielleicht stieren wir den ja noch was ach ne das kommt am ende ja ja das also vom schaden her dürfen wir auf jeden fall durchkommen er hat ja noch eine silberwaffe deswegen verfehlt er so oft gerade jetzt ein break das ist eigentlich nicht schlecht aber den schaden macht zu tun scheibe das ist macht 600 schaden allein also der hit allein 2200 x also hier auf der insel gibt es extrem viele okay okay bisschen agi 5 er kommt genau auf die volle stärke du ja das passt so äh so den mix behalten wir da brauchen wir gar nicht lang rum machen alles grüne sind wahrscheinlich solche die man doch items bekommt nur gut dann werden wir in der nächsten folge erst herausfinden was hinter diesem weg ist ich hoffe es hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten mal wieder bis dahin tschüss